Astra, Colada, Astra, Astra Astra, Colada, Astra Colada, Astra, Astra, Colada Astra, Colada Astra, Colada Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen whatever. Wir befinden uns heute in der Astra-Stube. Wir sind's, Daniel und Hauke, Astra-Colada, der kleine behinderte Bruder von Fest und Flauschig. Juhu! In der Astra-Stube. Es riecht nach abgestandetem Bier, nach Zigaretten und etwas Schimmel. Das ist voll schön. Oder? Das ist doch... Also wir gucken auf die Kreuzung, die Leute fahren wie immer irre Fahrrad und Auto. Es ist eigentlich wie immer, nur ohne Leute und ohne Bands. Genau, heute bin ich mal bei dir zu Gast. Vorher waren wir halt immer an der Hebebühne. Ich kann die Hebebühne nicht mehr sehen, nach drei Wochen. Und ich wollte mal einfach einen Wechsel haben. Wir befinden uns irgendwie 1,5 Meter hart voneinander distanziert. Was voll schade ist eigentlich, ne? Was richtig schade ist. Und ich trinke heute ganz genüsslich ein Jewa. Uh! Was ganz was Neues. Herrlich! Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, tatsächlich. Also irgendwie ist so diese Corona-Langeweile oder Verdrossenheit gerade nicht vorhanden. Was ich eigentlich sehr positiv finde. Wie kommt's? Ich kann's dir nicht sagen. Also es liegt vielleicht auch daran, dass man denkt, wenn man nach draußen geht, dass halt alles normal ist. Außer, dass die Leute halt mit Mundschützen rumlaufen. Aber sonst denkt man, es ist halt nix. Ja, diese Mundschutz-Aktion finde ich ziemlich krass, weil überall auf den Gehwegen sehe ich nur noch Menschen mit Mundschutz. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt welche von meiner Mutter zugeschickt bekommen. Ich habe mir selber keine gekauft. Meine Mama hat mir fünf Stück in den Farben lila, welche mit Sternchen, mit kleinen Häuserchen drauf und mit rosa Haltebändchen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie mich meint damit, ob ich die ganz sehen soll oder ob sie denn doch für meine Lebensgefährtin sind. Aber ich habe jetzt welche geschickt bekommen, sonst habe ich halt so eine Bandana eigentlich die ganze Zeit. Machen ja auch viele tatsächlich. Finde ich auch total in Ordnung in öffentlichen Räumen, HVV beim Einkaufen. Aber ich fahre jetzt nicht Fahrrad mit einem Bandana drüber. Nee, das wollte ich gerade fragen, weil du gesagt hast, dass du überall Leute siehst mit Mundschutz-Sachen. Also ich wohne ja in Barmbeck, Barmbeck-Süd. Und da ist das definitiv nur im Einzelhandel. Also da sieht man von 100 Leuten eine Person, die auf der Straße mit einer Maske rumläuft. Ehrlich? Ja. Gehst hier ein bisschen weiter Richtung Bahnfeld, laufen die Leute alle mit Maske rum. Aber in der Schanze ja auch nicht. In der Schanze auch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Also jetzt auf dem Weg hierhin habe ich halt eigentlich niemanden gesehen, der das jetzt öffentlich nach draußen hin zur Schau stellt. Also ich würde mich auf jeden Fall dem Trend nicht anschließen. Also ich finde es gut, auch dem Leuten, die an der Kasse arbeiten gegenüber. Ja, aber denen hat es nach anderthalb Monaten auch nicht gejuckt. Und so anderthalb Monate lang hat es kein Schwein gejuckt, wie sich die Verkäuferinnen hinter dieser Plexigarscheibe fühlen. Und jetzt auf einmal ist das das Neunplusultra. Jetzt ist es gesetzlich. Ja, ist doch Quatsch. Was ich ganz geil finde, sind diese Schweißermasken, die manche Verkäuferinnen anhaben. Nein. Die haben so eine Schweißermaske. Also jetzt nicht eine Schweißermaske an sich, aber einfach so eine Vollplastik um den Kopf herum. Wie so eine Schweißermaske. Und schwitzen sich da drin einen ab und stöhnen und sagen halt auch, ist mir scheißegal mit dem Corona. Die Plastikwand reicht mir vor den Kunden. Also was die heute bei uns beim Lebensmittelhändler hatten, die hatten draußen, also bevor du reingegangen bist, hatten die umsonst Mundschutz da liegen, der aber allerdings aus Pappe war. Das ist kein Scherz. Der war aus Pappe und im Blau mit dem Schriftzug drauf halt so. Nicht Aldi. Und die konnte man dann halt umsonst mitnehmen, um einkaufen zu gehen, wenn man dann keine mit hat. Was erstmal eine coole Aktion ist, finde ich. Ich habe mir das Ding aufgesetzt. Das ist das Allerschlimmste. Du kriegst einfach überhaupt gar keine Luft mehr. Du hast einfach so ein Pappeding vor der Fresse. Und es ist unangenehm. Es stinkt. Es müffelt halt sofort. Ja, das Ding ist, es stinkt und müffelt ja halt auch nur sofort, weil das ja auch aus deinem eigenen Mund kommt. Mir ist halt ... Und ich habe auch noch geraucht dabei, selbstverständlich. Mir ist halt aufgefallen, jetzt in der Zeit, wo ich dieses Badena trage, dass, obwohl ich mir sehr oft die Zähne putze am Tag, ich dann doch eigentlich echt einen üblen Mundgeruch teilweise habe. Echt? Ja, hätte ich nicht gedacht. Das ist mir nicht aufgefallen. Boah. Da müsste ich jetzt andere Leute fragen, ob ich Mundgeruch habe. Ich ekele mich da vor mir selbst, wenn ich mich selber rieche. Ich ekele mich vor mir selbst, wenn ich mich selber rieche. Also wenn ich das rieche, was da aus meinem Mund rauskommt. Und dann sage ich schon wieder, ja, wahrscheinlich rauchen und so. Und Jeva. Rauchen und Jeva. Ja, heute gönne ich. Am letzten Freitag war ich nicht so gut drauf. Heute ist Donnerstag. Heute ist sozusagen der 30. April. Morgen ist der 1. Mai. Alle auf die Straße. Ja, mein Mitbewohner, Franz, hat auch schon mir angedroht, so, morgen gehen wir schön auf der Schanze. Ich bin jetzt seit Jahren, seitdem ich in Hamburg wohne, bin ich immer auf der Schanze beim 1. Mai. Es gibt doch nichts Langweiligeres als die Schanze auf dem 1. Mai. Zu Zeiten von Corona. Nee, an sich. Das war letztes Jahr schon langweilig. Vorlesjahr war es auch langweilig. Was erwarten die Leute denn da? Ja, Wasserwerfer. Ach so ein Scheiß, Alter, das ist doch vorbei. Was, keine Wasserwerfer zum 1. Mai. Sind morgen Wasserwerfer da? Sind da morgen Leute? Das interessiert mich. Ich glaube, dass Hamburg auf die Straße geht. Auf jeden Fall. Ich meine, in Hamburg sollen ja irgendwelche Nazis ihre Demo veranstalten. What? Ja, ja. Und da wird halt dazu aufgerufen. Bis jetzt ist sie auch noch nicht abgesagt, wie ich das verstanden habe. Und die, ich denke mal, die Flora-Leute oder überhaupt das linke Umfeld hier aus der Schanze, die werden auf jeden Fall was machen. Ich habe auch gehört, es soll morgen irgendwas hier unter der Sternbrücke passieren. Habe ich durch den Buschfunk, ist das an uns herangetreten worden, dass hier was sein soll? Man weiß es nicht. Man darf gespannt sein. Was denn? Lustige Leute in Einhornkostümen und Ganzkörperkondomen? Wahrscheinlich. Und eine Hundertschaft von Polizisten mit 20 Wasserwerfern, die die ganze Kreuzung abriegeln. Da hätte ich Bock drauf. Da würdest du selbst nochmal hier in den Club kommen. Die ganze Fenster setzen, mit dem Bier aufmachen und die ganze Schose angucken. Weißt du schon, wie alt diese Tradition ist? Das hat mich nicht mehr interessiert, weil mein Mitbewohner mich auch gefragt hat, warum gehen die Leute am 1. Mai auf die Straße? Weißt du, wo das herkommt? Nee. Hätte ja sein können. Nee, weiß ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Morgen ist ja eigentlich so gesehen Tag der Arbeit. Tag der Arbeit, genau. Genau. Alle gehen auf die Straße und es ist normal, dass man am 1. Mai auf die Straße geht. Aber viele wissen gar nicht, wo das herkommt. Und es kommt aus den Vereinigten Staaten. Wie bitte? Ja. Und zwar 1887 eingeführt von einem Menschen, der hieß August Spieß aus Hessen. Oh, jetzt wird sie aber richtig. Ja, ich habe mir richtig gegeben. August Spieß aus Hessen. Da habe ich auch gedacht, kommt vielleicht daher der Begriff Spießrutenlauf, aber egal. August Spieß aus Hessen gehörte nämlich mit zu den Wirtschaftsflüchtlingen, die wir ja damals hatten. Okay. Und zwar, wir sind nämlich damals ja auch geflüchtet. Kann man sich gar nicht... Soll man nicht denken, ne? Das kann man sich gar nicht denken. Mit wie vielen Leuten, und zwar mit 60 Millionen Menschen, die rüber nach Amerika gegangen sind. Okay. Europa hatte 60 Millionen Wirtschaftsflüchtlinge. Wow. Und der größte Teil kam aus Deutschland. Ja, ist verständlich. Ha. Und unter diesen Wirtschaftsflüchtlingen war halt auch August Spieß. Und damals ist er dann nach Chicago gegangen. Und Chicago war halt so dieses Nonplusultra vom Hörensagen, also der amerikanische Traum. Ja. Wenn du was werden willst, dann musst du dafür arbeiten und in Amerika funktioniert das. Ja. Die kamen aber gerade in so einem Moment kurz vor der Wirtschaftskrise. Und die Fabrikleiter haben ihre Arbeiter teilweise 15, 16, 17 Stunden am Band gelassen. So. Und irgendwann haben sich die Arbeiter das nicht mehr gefallen lassen. So. Die sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, wir arbeiten nicht mehr, wenn wir nicht normal acht oder neun Stunden arbeiten und der Rest ist unsere Freizeit. Haben sich die Fabrikarbeiter dann gedacht, ach, wenn halt 60 Millionen Flüchtlinge kommen, dann ist uns das ja aber scheißegal. Dann nehmen wir die, nämlich gleich, wenn sie vom Boot kommen und tauschen wir die einfach aus und packen die in die Fabrik. Ah, okay. So. Und deshalb war eine riesengroße Arbeitslosigkeit in den Staaten. Und der August Spieß war ein findiger Mensch und hatte sozusagen das Talent, Leute um sich herumzuschauen und konnte gut sprechen. Und er ist dann sozusagen mit den Arbeitern auf die Straße gegangen. Das haben die aber schwitzbekommen. Die Protestierenden, also die Fabrikbesitzer und die Lobby hatten das dann schwitzbekommen und fanden das halt nicht so geil, dass da halt jemand gewesen ist mit seinen Dudes, der die Arbeiter um sich herumschaut. Und dann noch ein Deutscher. Und dann noch ein Deutscher aus Hessen. Ach, aus Hessen. Und dann gab es halt sozusagen die erste, das ist die erste Bomben oder das erste Bombenattentat Amerikas. Und zwar wurde am 1. Mai bei einer Kundgebung, wo August Spieß auch gesprochen hat, eine Bombe gezündet. Und Arbeiter sowie Polizisten sind dadurch gestorben. Und die Fabriklobby hat aber sozusagen den Arbeitern die Schuld gegeben, den Lobbyisten die Schuld gegeben. Und August Spieß kam halt vor Gericht und wurde dann verurteilt. Ah, zu Tode. Zu Tode verurteilt. Zu Tode verurteilt. Der wurde mit seinen fünf besten Homies, wurde der erhängt. Ach du Scheiße. Und hat noch einen wunderbaren Satz gesagt. Und zwar, die Zeit wird kommen, dass unser Schweigen im Grabe mächtiger sein wird als unser Reden. Oha. Das ist ja fast schon so ein T-Shirt-Spruch, wa? Finde ich richtig gut. Krass. Und dann nach sechs Jahren hat dann der Gouverneur die fünf Leute halt freigesprochen. Ja. Und sie haben den Tag der Arbeit am 1. Mai halt sozusagen gekriegt. Also nur er ist getötet worden und die anderen nicht? Nee, alle fünf wurden erhängt. Okay. So. Und er wurde dann aber nachträglich begnadigt. Ach so, okay, alles klar, nachträglich, okay. Und dann haben sie den Tag der Arbeit aufgerufen. Und seitdem gehen halt Leute am 1. Mai und vor allem in der Arbeiterklasse protestieren. Okay. Und das haben wir Deutschen dann direkt übernommen, weil wir gedacht haben, geil, das war eh ein Deutscher. Nee, eben nicht. Das übernehmen wir einfach oder was? Nee, wir tun so. Ach so. Eben nicht. Wir wollten das mal machen. Und wenn du Babylon Berlin gesehen hättest. Hab ich noch nicht, leider. Geile Serie. Ja. Übrigens. Da wird das auch ein bisschen auseinandergenommen. Weimarer Republik. Ja. Kaiserreich. Vergessenes Kaiserreich. Scheiß drauf. SPD an der Macht. Haben sie versucht, ich glaube 1919 haben sie ein Jahr lang den Tag der Arbeit eingeführt und dann fanden die das einmal, die Reichsparteien alle so scheiße, dass sie es 2020 wieder hingelegt haben. 2020? Äh, Entschuldigung. Die Reichsparteien haben 2020, also du meinst jetzt nicht sehen. 1920. 1920 haben die das halt wieder niedergelegt. Und weißt du, wer es wieder eingeführt hat? Darf ich den bösen Namen sagen oder was? Nee. Doch. War es Hitler? Ja. Nein. Doch. Als Nationalfeiertag. Gibt's so wohl nicht. Doch, ehrlich. Er hat's und das hat er mit Goebbels ganz ausgeklügelt gemacht und zwar, die sind ja damals 1933 an die Macht gekommen und hatten im Prinzip eigentlich alle hinter sich, außer die Gewerkschaften. Oh, das war natürlich ein sehr klug. Und die Gewerkschaften waren mächtig. Und dann hat er Adolf Hitler gesagt, 1933, der 1. Mai ist wieder der nationale Feiertag der Arbeit. Und da hat er das alle gehabt. Und da hat er das alle gehabt. Ich meine, ich meine, es gab den Tag der Arbeit halt nicht immer offiziell, aber trotzdem sind die Leute am 1. Mai auf die Straße gegangen. Und gerade in dieser Zeit der Weimarer Republik und SPD-geführtes Berlin gab es halt die Situation, dass man auf der einen Seite die Kommunisten hatte, das Proletariat, die Arbeiter, die sich halt wie immer am 1. Mai beschwert haben, sie möchten halt mehr Kohle haben. Dazu hast du halt noch die Faschos gehabt, die sich gerade formiert haben. Dazu hast du die Polizei gehabt, die SPD-geführt gewesen ist und die alten Leute, die dem Kaiserreich nicht abgeschworen haben. Das heißt, du hast so vier Grüppchen gehabt, die sich dann bekriegt haben. Und am 29., genau, 1929, am 1. Mai sind dann halt 30 Leute gestorben und da gab es halt richtig Stress, weil sozusagen die SPD, die links geführte Polizei, auf die Kommunisten geschossen hat. Und da gab es halt einen riesen Aufstand. Sachen geht es. Und auch das wird wieder in Babylon Berlin besprochen. Also du musst es wirklich gucken. Du musst es wirklich gucken. Es ist super interessant. Es ist eine verdammt gute deutsche Serie. Entschuldigung, ich bin jetzt gerade, ich fand es halt nur gerade so interessant. Ich habe mir das halt heute alles reingezogen, nur aus diesem, was wird eigentlich am 1. Mai und warum gehst du eigentlich auf die Straße und warum gibt es da dieser Stress zwischen der Polizei und den ganzen Linken. Wäre auch mal ganz geil zu wissen, warum das eigentlich so ist und wo das eigentlich seinen Ursprung gehört. Ja. Ob das wohl viele wissen? Jetzt wissen sie es. Ungefähr. Ungefähr. Hat ja auch gar nichts mit jetzt zu tun. Aber man hat ja so unglaublich viel Zeit, um sich so mal so ein Kram halt reinzuziehen. Ja, du ziehst dir sowas rein. Das finde ich sehr gut. Also du bildest dich ja noch ein bisschen. Also ich ziehe mir momentan einfach nur irgendwelche Survival-Horror-Spiele rein und versuche, am Laptop zu überleben, wenn ich ganz ehrlich bin. Du ziehst dir bestimmt gerade das neue Resident Evil 3 rein. Ne, 3 habe ich durch. 2. Ich bin jetzt gerade bei Resident Evil 2 bei dem Remake. Und scheißt du dir immer noch in die Hosen? Ne, ich finde es nicht so krass wie der dritte Teil. Der dritte Teil ist geiler. Ja, auf jeden Fall. Und weiß ich nicht. Der siebte Teil ist sowieso, also der siebte Teil ist für mich der beste Teil bis jetzt. Das ist wahnsinnig geil. Aber der zweite ist, da sind mir zu viele Rätsel. Also ich mag es ja einfach nur zu schießen. Also nicht einfach nur, also schon ein bisschen Rätsel ist ja okay. Stumpes Geballer. Stumpes Geballer ist halt schon geil. Aber da sind mir so ein paar Rätsel, wo ich noch Stars, die ich halt nicht so geil finde. Ich habe jetzt angefangen, um meine Beziehung wieder einen neuen Schwung zu geben. Ich habe mir Sachen bei Eis.de bestellt. Um meiner Beziehung wieder einen neuen Schwung zu geben, habe ich mir LittleBigPlanet 3 geholt. Oh. Weil wir wissen, da draußen gibt es ganz viele Beziehungen, die unter diesem komischen Druck der Corona-Krise in irgendeiner Form halt leiden. Also entweder sieht man sich zu viel oder man sieht sich zu wenig. Oder der eine nimmt die gegebenen Sicherheitsvorschriften ernster als die andere Person. Mit wie vielen Leuten trifft man sich? Wo ist denn da der Mindestabstand? Darfst du mal eben knuddeln oder nicht? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da so die eine oder andere Beziehungskrise auf jeden Fall am Start ist. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt noch keine häusliche Gewalt. Ich habe noch keine blauen Flecken. Nee, das stimmt. Und deshalb habe ich uns jetzt LittleBigPlanet 3 geholt. Und das spielt ihr jetzt zusammen, oder was? Ja, wir haben angefangen, LittleBigPlanet 2 zu zocken, aber da ist es halt wieder in der Beziehung. Kennst du das auch, wenn die Beziehung sagt, ich möchte das mit dir nicht gucken, weil du es schon gesehen hast? Ja. Kennst du den Film? Ja. Aber ich kann ihn trotzdem gucken. Nee, den hast du ja schon gesehen. Ich will mit dir was Neues gemeinsam erleben. Und deshalb habe ich jetzt zum gemeinsamen Erleben LittleBigPlanet 3 geholt. Und finde ich gut, ich kenne es anders. Kennst du den Film? Ja. Okay, dann brauchen wir den dann nicht gucken, oder? Ja doch, also von mir aus können wir den gucken. Weißt du? Das finde ich viel, viel schlimmer. Ach so, wenn es keine explizite Entscheidung gibt. Genau, 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 es gibt keine explizite Entscheidung. Ein Film, also einen wirklichen Film mit meiner Freundin zu filmen, ist die Hölle. Das ist die komplette Hölle. Horrorfilme fallen komplett raus, weil steht sie nicht drauf, ich total. Actionfilme, ja okay, aber, und Dramen und so, alles supi. Aber es ist ultra schwierig. Ja, nee, habe ich schon gesehen. Aber ja, den können wir ruhig nochmal gucken. Ich werde mich ein bisschen langweilen, aber es ist schon okay, wenn du das magst, dann mache ich das mit. Ich opfere mich auf. Nein, Quatsch. Alles, was du sagst. So Filme wie, weiß ich nicht, A Beautiful Mind, den man schon tausendmal gesehen hat. Finde ich gut, würde ich auf jeden Fall wieder sehen. Ja, der immer wieder geil ist, ist auch nie ein Problem. Der sagt so, ja, cool, ja, lass uns gucken so. Aber halt so andere Filme, die sie vielleicht einmal gesehen hat, dann so, oh ja, ja, können wir schon machen vielleicht. Und ich so, ja, dann sag doch nein oder ja. Mensch. Deshalb finde ich es auch gut, auch im höheren Alter nicht mit seiner Beziehung zusammen zu wohnen. Weil man sich immer noch so gewisse Sachen an Space halt geben kann und auch mal sagen kann, du, ich bleibe heute zu Hause, ich mache mal einen für mich allein. Und dann kannst du auch wieder alles das gucken und machen, was du halt willst. Und musst nicht drückt sich auf eine Beziehung nehmen. Ah, nee, aber nee, nee, also da bin ich zu sehr Beziehungsmensch und zu sehr, ich mag mit meiner Partnerin zusammen wohnen. Also klar ist das bestimmt ab und zu nervig und ganz ehrlich, ey, ich bringe Sandra, Sabrina zur Weißglut. Ich meine, du kennst mich, so du weißt, wie ich bin und jeder, der weiß, wie ich bin, weiß, dass Sandra es nicht leicht hat. Sabrina. Sabrina, überhaupt nicht, kein Stück. Und da auch Hut ab vor Sabrina, dass sie jeden Tag mitmacht und es erträgt, wenn sie reinkommt, dass ich erst mal eine halbe Stunde lang von meinem Tag erzähle, der eigentlich gar nicht so spannend war und sie eigentlich überhaupt gar keinen Bock hat, weil sie eine halbe Stunde Ruhe braucht oder so und ich das nicht schnall. Also von daher. Also keine spannenden Tage heute. Nee. Ich würde einfach jedenfalls eine kleine Pause machen und zu Cindy übergeben. Wenn du Bock hast, kannst du dir was auf unsere schöne Liste wünschen. Ähm, dann wünsche ich mir von, ähm, Linkin Park. Oh, nein. Doch. Ey, das war so eine gut geführte Liste, bis ihr letzte Woche angefangen habt, diesen ganzen alten Dorfbums rauf zu wünschen. Ja, aber das, ich finde, ich finde, das gehört zu. Biscuit, Bon Jovi, obwohl den Live-Song I Alone finde ich ja ziemlich gut, aber da sind jetzt gerade nur so alte Schinken drauf, jetzt kommst du halt mit Linkin Park. Jetzt musst du aber auch einen guten Song von Linkin Park. Ja, in the end, Alter, ich bitte dich. Okay. Also, der nächste Song wird, 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 wird besser und aktueller. Okay, dann, äh, hol ich mal was Neues raus und zwar habe ich eine, äh, keine neue Band entdeckt, aber ich habe eine Band für mich neu entdeckt, die heißt Oktober Drift. Und, ähm, die machen einen ganz geilen Kram zwischen Indie, Emo, äh, und, ähm, etwas dazwischen. Ich kann es dir gar nicht sagen. Aber die wird es auf jeden Fall gefallen. Okay. Die wird es auf jeden Fall gefallen. Das deckt auf jeden Fall, ähm, den, den Emo-Spirit ab, den du haben willst. Kannst du aber trotzdem halt auch Molotow spielen. Okay. Ähm, und, äh, zwar Oktober Drift mit Oh the Silence. Sehr gut. Alles gut, dass du es gut findest. Sehr schön. Ich zeige dir sofort. Okay, ab zu Cindy. Bis gleich. Das Twitter-Gewitter mit Cindy aus der Astra. 26. September 2019. Liebes Tagebuch, heute betrat dein älterer Herr die Astra-Stube und zeigte mir eine kleine Karte, die an seinem Krückstock hing. Diese Karte hielt er für sein Eintrittsticket. Ich war wie verstummt, weil dieser Herr wirklich sehr, sehr alt war. Und ich wusste gar nicht, darf der eigentlich hier sein? Ganz selbstverständlich ging er nach Vorzeigen seines angeblichen Tickets durch zum Tresen. Nun öffnete er seine Tasche und holte einen Rasierer sowie ein Handtuch raus. Er erzählte, dass er hier unbedingt zum Konzert wollte, aber leider keine Zeit mehr hatte, sich frisch zu machen. Ich nutzte die Zeit und überprüfte ganz still und heimlich, was auf dem Schildchen seines Krückstocks stand. Ich schmiss also einen Kugelschreiber runter und machte heimlich ein Foto. Sein selbsternanntes Ticket war, wie ihr vielleicht erwartet habt, kein Ticket für unser Konzert. Vielmehr war es eine Notfallnummer, falls der liebe Herr ausbirgst. Also haben wir eine Pflegestelle angerufen. Diese sagten, dass er nicht da sein dürfe. Sie schicken gleich jemanden vorbei, der ihn abholen würde. Wieder zurück bei dem Herrn, sah ich, wie dieser sich mit Bier und Zigaretten vergnügte. Naja, er ist ja alt genug, was soll ich machen? Leider kam aber auch niemand vom Heim zu uns. Wir telefonierten viermal mit denen, sie scheinen sich aber leider nicht zu interessieren. Zum Glück haben sich liebe Gäste gefunden, die ihn zurückgebracht haben. Es waren übrigens nur 600 Meter, die kein Pfleger sich zugetraut hat. Unser kleiner Rockstar aber schon. Er war nur ungefähr eine Stunde bei uns, behauptete aber, er hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Sorry! Oh, wir waren gerade so im Gespräch drin und dann habe ich vergessen, den Rekordknopf zu drücken. Er hat einfach vergessen, den roten Knopf zu drücken. Wir haben schon wieder so hart gelästert über ganz viele Menschen in unserem Umkreis. Und Daniel hat gerade erzählt, dass er die Astrastube wieder ein bisschen fertig macht. Und in diesem Zuge, dass er die Astrastube fertig macht, hat er mich in sein Lager eingeladen. In das größte Lager. Nania! In das größte Lager, was ich je gesehen habe für so einen kleinen Club. Wenn man noch nie in der Astrastube gewesen ist, muss man sagen, hier sind so 50 Quadratmeter. 80. 80 Quadratmeter. Und das Lager ist gefühlt 350. Ein bisschen verwinkelt, ein bisschen nass. Überall so ein bisschen Tropfstein. Aber ganz viel Sachen, ganz viel Stuff, Müll würde ich sagen. Ja, Müllsachen kann man auch sagen. Ich habe dann auch gesagt, ich stehe auf Müll, ich nehme hier ein bisschen was ab, ich baue da was draus. Das ist passiert, wir wollten drüber reden, haben es gemacht, haben aber nicht aufgenommen. Es ist meine Schuld, es tut mir leid. Das war halt nicht geil, aber wir waren halt auch im Lager, weil wir gucken wollten, was da halt noch so ist. Weil wir ab Montag die Astrastube halt schick und schön machen wollen. Zurecht? Absolut zurecht. Und da haben wir uns gesagt, gehen wir mal ins Lager und gucken wir mal nach, was da ist, was wir noch gebrauchen können. Da ist auf jeden Fall noch Sachen, die wir gebrauchen können, was natürlich sehr gut ist, weil es kein Geld kostet. Und das Ding ist auch gesagt, wir könnten ja den Film Kliemann noch einladen, dass der uns die Astrastube fertig macht. Aber da habe ich dann Nö gesagt. Und warum hast du Nö gesagt? Naja, weil, wie du es gerade auch schon, wo du nicht aufgenommen hast, gesagt hast, jeder starke Mann hat ein starkes Team hinter sich. Genau, ich habe gesagt, jeder Macher hat um sich herum andere Macher, die für ihn machen, damit der Macher in die Kamera lächelt und sagt, dass er macht. Ganz genau. Das macht einen guten Macher aus. Und das kann der gute Film nämlich ganz gut. Und in meinem persönlichen Umkreis finden den halt viele unglaublich geil. Und ich finde ihn aus ganz vielen Gründen unglaublich nicht geil. Du hast das Wort unangenehm gesagt. Unangenehm, ja. Okay, unangenehm. Dieser Mensch ist mir körperlich unangenehm. Ja, stimmt. Ich kenne aber auch ein paar Leute, die das über dich sagen. Ja, das weiß ich. Das ist auch vollkommen, vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Kennst du Leute, die das über mich sagen? Nee, tatsächlich nicht. Nee, kenne ich nicht. Ich habe das Gefühl, es ist ganz viele drum. Egal. Aber wir waren auf einer Aftershow-Party. Von einer Band, deren Namen wir nicht aussprechen dürfen. Genau. In der großen Freiheit. Und wir waren alle sehr betrunken. Und der gute Film hat es allen Ernstes dreimal geschafft, sich in ein Gespräch, was ich mit drei unterschiedlichen Leuten geführt habe, sich so unangenehm reinzusneaken. Das war so ekelhaft arrogant und immer mit einem Hallo, ich bin Finn. Und ich habe gedacht so, Allah... Hallo, ich bin Daniel. So, wen interessiert das? Und du kennst uns beide nicht. Warum quatschst du uns hier so doof von der Seite an? Ja, vielleicht wollte er einfach nur Kontakt schließen. Vielleicht wollte er einfach nur neue Freunde gewinnen. Vielleicht war das einfach nur freundlich gemeint. Nee, beim ersten Mal war das vielleicht noch vor nicht gemeint. Aber beim zweiten und dritten Mal war es einfach nur, weiß ich nicht, dumm. Also ich meine, der kannte da gefühlt 80 Prozent der Menschen. Also das habe ich einfach überhaupt nicht verstanden, was er wollte. Überhaupt gar nicht. Und er hat auch überhaupt nicht kapiert, dass er gerade komplett fehl am Platz ist. Also, dass seine Anwesenheit einfach gerade so, nee. Also, wir reden hier gerade über Sachen, wo du wahrscheinlich keine Ahnung von hast, die dich auch nichts angehen. Warum quatschst du uns hier so blöd rein? Und dann hat er mir am Ende noch mein letztes Becks weggenommen. Aus dem Kühlschrank. Hat sich vorgedrängelt. Ich hatte die Hand schon, er hatte den Kühlschrank auf. Und da kommt er von links mit seinem Arm, greift in das Ding rein und holt das Becks raus. Dann habe ich ihn angekündigt gefahren, ob er noch alle Lappen am Zaun hat. Oder er dich nur lächelt. Nee, er hat mich angelächelt, habe ich ihm das Bier aus der Hand genommen und bin rausgegangen zum Rauchen. So nicht, habe ich mir gedacht. So nicht. Ja, und er erzählt wahrscheinlich in seinem Podcast, auf diesem Konzert, der Band, deren Namen wir nicht nennen dürfen. Da war so ein Typ, der hat die Leute betrunken halt immer so vollgelabert. Und jedes Mal, jedes Mal, jedes Mal hat er es nicht geschnallt, dass ich eigentlich die Person gegenüber retten wollte. Und hat mich nur angeplauzt. Und dann habe ich den ganzen Abend noch nichts getrunken, habe mich nicht aus dem Backstage-Kühlschrank bedient, aber hatte keine Kohle mehr dabei. Und dann wollte ich mir eigentlich nur das letzte Becks wegnehmen. Und dann hatte ich das in der Hand und dann hat er mir das auch noch weggenommen. Was für ein Wichser. Daniel aus der Astra-Schube. Das Gute ist, dass ich genau weiß, mit wem ich mich an dem Abend unterhalten habe und dass die drei Personen das genauso gesehen haben wie ich und auch nicht verstanden haben, was er sollte. Und ich weiß nicht mehr, wer neben mir stand mit dem Bier. Also es könnte, nee, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe dafür auf jeden Fall Props bekommen. Zur Feier des Tages kannst du dir einen Leonidensong wünschen auf unserer Playlist. Oh ja, wünsche ich mir einen Leonidensong. Sisters. Der heißt Sisters, ne? Ja. Den, 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 den wünsche ich mir. Siehste. Ach man, die Leoniden. Die guten. Die haben ja jetzt auch nichts zu tun, ne? Außer vielleicht mal bei Instagram mal so ein Piano-Lied zu machen. Ganz am Anfang haben sie das gemacht. Das ist voll scheiße. Also die Situation ist natürlich richtig kacke für Musiker, aber für die Musiker, die so auf der Kippe gestanden haben, sag mal so, dieser Punkt, wo du eigentlich im Prinzip nicht mehr arbeiten kannst, weil du mit der Band so hart unterwegs bist, bis zu dem Punkt, wo du halt wirklich so viel Kohle verdienst, wo du das jetzt einfach aussetzen kannst, ist ganz schön hart. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, da werden halt leider ziemlich viele Bands dran zerbrechen. Ja, aber ich glaube, die Leoniden nicht. Ich glaube, die Leoniden werden eine, werden eine große, eine große Ausnahme sein. Also das glaube ich wirklich, weil, äh, wenn das ganze Ding wieder losgeht und die Leoniden sagen, so, wir machen jetzt mal ein geiles Konzert oder wir machen eine Tour, äh, dann ist das Ding wieder bumsvoll. Wie ist das eigentlich passiert? Warum ist das passiert? Wann ist das passiert? Wann weiß, glaube ich, keiner, äh, warum, weil es einfach so eine unglaubliche Live-Band ist. Also das letzte Konzert, was ich von denen gesehen habe, war einer großen Freiheit auf der Tour. Und, äh, das war halt, ich hab noch nie, wirklich noch nie die komplette Freiheit von, von der ersten Reihe bis hinters Mischpult, vom ersten bis zum letzten Song komplett durchdrehen, Pogo tanzen gesehen. Noch nie. Selbst oben, oben auf, 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 auf den Rängen, wo wir standen, haben die Leute getanzt. Also das war der absolute Wahnsinn. Die kommen auf der Bühne, drehen Schalter um und die Leute flippen halt völligst aus. Ich find's krass, weil es wieder eine Band ist, die nicht auf Deutsch singt und es funktioniert. Ja, absolut. Weil es halt so dancey ist, es ist halt so dancey. Die Typen sind halt, sind halt so Schnuggels, ne, alle irgendwie der verrückte Typ, der sich immer die Gitarre rumschmeißt und sich beim Hurricane, die halt den halben Kopf wegballert und so, ne, das ist, also mit der Gitarre, das, das gehört halt alles, alles irgendwie zusammen. Dann diese, diese, diese schrägen Instagram-Stories, die die machen, wo du eigentlich nur angeschrien wirst die ganze Zeit, wo jeder normale Mensch sagen würde, so, boah, halt doch mal die Fresse. Aber alle finden's halt total geil, weil die halt so drüber sind dabei. Ja, und die Schweine haben halt auch einfach 2018 ihre Ochsentour durchgezogen. Ja, mega, Alter. Wenn du halt bedenkst, dass sie halt auf der einen Seite irgendwie Rocken am Brocken spielen und dann doch sich nochmal irgendwie fünf Stunden ins Auto setzen, um halt Punktlandung genau beim Oakfield Festival dazustehen, halb verkatert, um dann nochmal, eine Stunde später nochmal zu spielen. Und dass deren, deren, also deren normaler Touralltag gewesen ist in der Festivalzeit, dass sie halt zwei, manchmal sogar, ich glaub, die haben so drei, drei Gigs hintereinander gespielt. Der Daniel Tresler, der die, der die, der die bucht, ist ja auch ein, ist ja auch ein Hund. Ein reiner Hund ist das. Der, äh. Der ist auch ein Macher. Daniel Tresler ist ein Macher. Liebe Grüße an Daniel Tresler. Der hört das bestimmt nicht, weil er, glaub ich, keine Podcasts hört, weil er nur arbeitet. Selbst jetzt arbeitet er wahrscheinlich nur. Also, der macht jetzt schon Touren für Annemar Kantreit, für, äh, Leoniden und für Faber wahrscheinlich für, für 22, 23, genau. Und hat auf jeden Fall wieder das große Ding, äh, an der anderen Hand, wo er sagt, okay, alles klar, in zwei Jahren machten wir die wieder. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die, ob die Balanzstreicher sind. Papst, sagt dir das was? Ja. Sind die Balanzstreicher? Ja. Ja, dann wird das, 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 das nächste große Ding. Auf jeden Fall. Ich hab heute das Video, äh, gesehen und feier es total ab. Ich find's mega gut. Richtig abgefahren. Und das wird das nächste große Ding auf jeden Fall werden, wenn wir dann alle wieder raus. Und dann, es ist uns ja auch scheißegal, wenn wir da raus dürfen, was wir hören. So, mal ganz ehrlich, ich glaube, wenn, wenn wir hier einen Asoschuh aufmachen, äh, ich kann hier, weiß ich nicht, äh, irgendwen auf die Bühne stellen, so, und, äh, es wird voll und die Leute feiern das ab. Glaube ich wirklich, weil die Leute Bock haben. Und, äh, meinst du, ich glaube, es wird definitiv zwei bis drei Wochen der Gewöhnung, dass die Menschen wieder in den Club gehen dürfen. Alleine, wir haben ja über die Maskenpflicht gesprochen. Ja. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass, äh, so die ein oder andere Person einfach auch dieses Maskenpflicht-Ding mit in den Club mit reinnimmt. Ja, aber das ist ja vollkommen okay. Und vielleicht müssen wir das Masken-Club-Ding, äh, komplett in den Club mit reinnehmen. Also, das weiß man ja nicht. Vielleicht dürfen hier in der Astroschuh-Stube auch irgendwann keine hundert Leute mehr rein, sondern nur 50. Und alle müssen halt eine Maske tragen. Und, äh, kann alles passieren. Also. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir haben jetzt als Band, äh, da wir ja auch keinen Festival-Sommer haben, äh, schon, äh, überlegt halt, einfach, ähm, kleine geheime, ähm, Konzerte auf dem Dorf zu spielen. Ja, mega gut. Ähm, wir haben da schon diverse Angebote. Geil. Echt jetzt? Ja. Geil. Also, von Vorgärten, wo sie sagen, wir haben hier Platz für 400 Leute. Ja, ja. Und, äh, ihr müsst euch keine, äh, keine Gedanken mehr an den Dorfscheriff machen. Den laden wir einfach mit ein und füllen den ab. Ist ja auch ganz schön gefährlich eigentlich. Also, mal ehrlich jetzt. Also, weißt du, also, ne? Also. Wie meinst du? Ja, schwitzende Menschen, kein Mundschutz. Es gibt ja noch dieses Corona, weißt du? Ich weiß. Aber die Leute haben halt Bock. Ja, das ist das Ding. Aber sollte man, sollte man den Leuten dem Bock lassen, obwohl es gerade nicht cool ist? Und das sage ich. Ja, ich weiß. Weißt du was? Also, ne? Aber das Corona wird ja auch immer noch da sein. Also, das Corona wird ja auch noch im Oktober immer noch da sein. Ja. Es wird eine Sache sein, mit dem wir uns halt lange beschäftigen werden. Und wir werden halt Regeln bekommen vom Staat, die manche halt nicht cool finden, die manche aber halt auch wieder super streng einhalten werden. Wir sind ja auch Deutsche. Wir sind ja auch Deutsche, so. Aber damit, ich glaube einfach, diese Balance zu finden zwischen Regeleinhaltung und so ein kleines bisschen Rebellion. Dann sind wir auch schon wieder beim 1. Mai. Dann sind wir wieder beim 1. Mai. So ein kleines bisschen Rebellion. Weißt du? So ein bisschen Punkrock. Wie wir auch schon mit Torben sagten. So kleine Konzerte irgendwo in Fabrikhallen von irgendwelchen Indie-Bands. Wo halt die Kids halt damals sagen, ah, es war halt Corona. Aber wisst ihr noch, als Band XY in der Fabrik gespielt haben und wir alle total durchgerüstet, als Finn Kliemann in der abgelegenen Fabrik gespielt hat. Und dabei noch Masken genäht hat. Und dabei live Masken genäht hat. Ich bin der Erste, der sofort vor einer Bühne steht. Das wäre mir auch egal. Mundschutz auf und los geht das Ding. Also weiß ich nicht. Dafür liebe ich Musik zu sehr. Dafür mache ich den ganzen Scheiß zu lange. Und ich will nicht unbedingt sagen, dass meine Gesundheit mir dann egal ist. Also weißt du, dass ich meine Gesundheit über, das hat ja auch nichts mit Party machen zu tun. Sondern eher mit, ich brauche das einfach, ich brauche Live-Musik, ich brauche Club-Geschichte, ich brauche das Arbeiten. Und von daher ist das eine schwierige Nummer. Das ist für die Menschen, die Club-Gänger sind, nachvollziehbar. Aber ich glaube noch nachvollziehbarer für jeden, der selber einen Club hat und der schon jahrelang Veranstaltungen macht. Ich glaube auch. Das glaube ich auch. Aber ich habe zum Abschluss noch eine Serie, die ich euch allen ans Herz legen möchte. Zero, Zero, Zero. Mega. Mafia Italien, Drogengeschäfte, Kartelle. Tausendmal besser als dieses El Chapo Ding, was da auf Netflix lief. Wie hieß es nochmal? El Chapo. Na, wie hieß es denn nochmal? Narcos. Und das andere hieß... El Chapo. El Chapo. Ja, Narcos war schon geil, aber Zero, Zero, Zero ist halt nochmal eine ganz andere Nummer. Also auf jeden Fall, weil da geht so ein bisschen dieses, ja, die sind ja alle auch total geil und so, geht ein bisschen weg. Und da ist halt diese Glorifizierung dieser ganzen Leute geht halt ein bisschen weg, was total geil ist. So bei Goodfellas und bei Cousine, da fand man die alle total geil. Das waren ja Drogenleute und die fand man super. Aber Zero, Zero ist halt nicht so. Da findet man die nicht geil. Da sieht man, dass das alles ganz schön arme Würstchen sind, die in irgendwelchen Kellern leben müssen, weil die gejagt werden. So, oder auch die Leute, die da als Killer eingesetzt werden. Das ist halt alles, das hat alles nicht so schön. Und darum ist es geil. Okay, das ist Wahnsinn. Wir bekommen gerade einen Gast in die Astra-Stube. Sagen auf der anderen Seite Tschüss, du kannst ja noch eben kurz, wünsche dir noch was für unsere Playlist. Ich wünsche mir irgendwas von Lügo. Und da ist auch wirklich wieder irgendwas, weil es mir egal ist. Okay, wir wünschen uns irgendwas von Lügo. Ich wünsche mir noch einmal von Frittenbude, Die Dunkelheit darf niemals singen. Wahnsinns-Song zusammen mit Jörg von Love A. Jörg. Hab den letztes Jahr ein oder zwei Mal mehr gehört, fand den wirklich gut. Aber jetzt zur Corona-Zeit ist er wieder irgendwie hochgeploppt und finde den so wahnsinnig gut. Also kann ich wirklich sehr empfehlen. Und einmal einen für die Girls und zwar von Halos Kyoto. Ja, für die Girls. Finde ich gut. Für die Girls. Nächste Woche haben wir auf jeden Fall wieder einen Gast mit dabei. Oh ja. Jetzt kommt im besten Falle Grimm noch zu Wort. Ansonsten kommt irgendjemand zu Wort. Irgendjemand wird sprechen gleich. Vielleicht kriegen wir ja noch Finn Kliemann. Vielleicht, ey, Finn, wenn du das hörst, Mann. Ey, Finn, das wäre mega geil. Ich meine, wenn du das noch schaffst. Wenn du das wirklich noch schaffst. Echt, zwischen deinen ganzen Sachen, die du gerade machst. Und dem Boot. Ja, und dem Boot. Dann wäre es halt total geil, von dir nochmal das, was ich nochmal sagen wollte. Ja. Dann kannst du vielleicht die Story von Daniel nochmal richtig stellen. Mal revidieren. Deine Sicht der Dinge würde mich total interessieren. Nicht. Alles klar. Na, wofür braucht man Freunde, wenn man Feinde hat? So nehme ich. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Habt's gewohl. Next week. We see you. Hear you. Lol. Tschüss. Lol, tschüss. Bald Oldesloe sehen und sterben. Aus dem Leben eine Underground-Emo-Punk-Band. Ich bin Markus und spiel Bass bei Grimm. Irgendwann kommt für eine DIY-Band endlich der Punkt, an dem voller Stolz die erste Vinyl-Release wird. Ausverkaufte Record-Release-Show. Knapp 250 Leute. Der Club wird voll geschwitzt. Alle singen mit. Um Wolfgang Petry zu zitieren. Geil, geil, geil. Wir sind die Größten. Szenenwechsel. Der Tag danach. Bad Oldesloe. Beseelt von großer Euphorie stiegen wir aus unserem Auto. Dann ein Blick auf das Poster vom Eingang des Clubs, das unsere Show bewerben sollte. Wer ist eigentlich Game aus Braunschweig und warum spielen die laut Plakaten nicht heute, sondern morgen? Naja. Einmal lachen, dann erstmal eines unserer mitgebrachten Biere trinken. Es sollten die letzten Biere an diesem Abend werden. Der Veranstalter wies uns unseren Backstage-Bereich zu. Alles wie gehabt. Allerdings war dies das letzte Mal, dass ich mit dem Veranstalter sprechen durfte. Wobei das letzte Mal war, als uns gesagt wurde, Catering gibt es heute bei uns nicht, aber er würde sich gleich eine Pizza bestellen. Wir können uns daran beteiligen. Server zahlen bitte. Genauso wie das Bier vor Ort. Der Abend war ein großer Erfolg. Ganze dreizahlende Gäste habe ich im Saal zählen können. Nebenan im Barraum saßen übrigens eine Handvoll Mitarbeiter. Die kümmerten sich allerdings sehr hingebungsvoll der Vernichtung rauer Mengen Alkohols. Ob die auch selber zahlen mussten? Naja. Vor der Heimfahrt versicherte man uns jedoch, Normalerweise ist ja ein Freitag mehr los. Wir haben ja schließlich ein paar Karte aufgehangen. Die Leute hätten also alle Bescheid gewusst. Yeah, Punkrock. Und heute? Heute sitze ich alleine zu Hause, darf nicht proben, kann eine Show spielen und vermisse genau das. Chaotische Schweineshows in den allerletzten verrauchten Rumpelkammern Deutschlands mit meinen besten Freunden. Scheißegal, wie viele Leute kommen und was drumherum geschieht. Live spielen ist und bleibt das schönste Gefühl der Welt. Moin Jungs. Das mit dem Geschichtsunterricht lassen wir immer lieber sein, ne? Und ähm, und ähm, und ähm, und ähm, und ähm, und ähm. Und die Hipster vom Papst sind beim Landstreicher nicht. Die sind bei Radikales, aber ist auch egal. Wenn ich Themen Paller hören will, gehe ich in die Kirche.